Janik von Wise Fitness hier. Und so gehen die Wise Fitness nie tags. Tipp 1, schnapp dir eine Bank. Kann auch der Tisch zu Hause sein, wenn er freigeräumt ist. Du musst nur darunter greifen können, das ist nämlich Tipp 1 und dir richtig schön Stabilität geben dadurch. Dann Tipp 2, nun führst du abwechselnd die Beine zu dir ran und dann beide gemeinsam. Zack, zack, zack. Das kann richtig schön explosiv sein. Das ist auch Tipp 3. Exklusiv arbeiten. Nimm die Atmung mit. Das brennt wie Sau, sag ich dir. Schön zum Ausbrennen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mehr geht nicht. Falls du noch Fragen hast, schreib mir und wir klären das.